Mein Name ist Mustafa, ich wohne in Saarbrücken. Meine Nachnamen, meine Kürzelname ist Mena Tehrani. Und mein kombiniertes Lied heißt Polizei hat kein Ei. Okay. Polizei, Polizei, ihr habt doch kein Ei. Polizei, Polizei, ihr habt doch kein Ei. Wenn ich denn geharrt bekomme, dann eben ab dem 1. Mai. Wenn ich denn geharrt bekomme, dann ab dem 1. Mai. Wenn ich Hunger habe, dann mache ich Kartoffelbrei. Wenn ich Hunger habe, dann mache ich Kartoffelbrei. 5 Minuten, 5 Minuten, für jeder Nutzen. Seid ihr alles bereit für den Arbeitsamt? Seid ihr für alles bereit für den Arbeitsamt? Polizei, Polizei, ihr habt doch keine Ahnung. Polizei, Polizei, ihr habt doch kein Ei. Wenn ich denn geharrt bekomme, dann ab dem 1. Mai. Und alles ist...